Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über den Bärenmarkt. Der Bärenmarkt, das ist die Chance für euer Krypto-Portfolio und mit meinen Videos möchte ich euch einige DeFi-Strategien vorstellen, die euch dabei helfen sollen, nicht nur diesen Bärenmarkt heil zu überstehen, sondern auch im nächsten Bullenmarkt, wenn dieser losgeht, perfekt aufgestellt zu sein. Aber vorher geht es darum, dass wir erstmal unsere Denke ändern müssen, wenn wir noch im Bullenmarkt-Modus denken, dann haben wir hier im Bärenmarkt einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil. Es geht darum, sich jetzt umzupolen und das hier ist Teil 2 dieser drei Maßnahmen, die wir in unserem Kopf umstellen müssen. Und diese Maßnahme heißt, Gier ist gut. Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist NetAlbo, mein Kanal heißt CryptoTrainStation für all diejenigen, die bei Crypto nur Bahnhof verstehen. Und jetzt geht es los mit Teil 2 von Du gegen den Bärenmarkt. In meinem letzten Video hatte ich ja erklärt, wie wichtig es jetzt ist, sich im Kopf und emotional umzustellen von dem Bullenmarkt, der ja jetzt nicht mehr ist, auf den Bärenmarkt. Und den haben wir ja jetzt nun mal. Und deshalb ist es eben entscheidend, dass wir nicht mehr in unserer Denke im Bullenmarkt sind und da verharren, sondern dass wir jetzt eine andere Herangehensweise wählen, denn sonst werden wir hier im Bärenmarkt einfach keinen Erfolg haben, weil wir immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind. Und eine wichtige Maßnahme, und das war der Trick Nummer 1, mit dem wir uns umpolen konnten, das ist, dass wir unser Portfolio einfach nicht mehr in Euro oder US-Dollar anschauen. Der Grund dafür ist, wir sind einfach in einem Bärenmarkt. Bärenmarkt heißt logischerweise, das ist einfach so in einem Bärenmarkt, der Wert des Portfolios, die Kurse gehen runter. Also ist es eigentlich keine neue Information, die wir gewinnen, wenn wir unser Portfolio in Dollar oder in Euro anschauen. Wir werden einfach nur immer wieder feststellen, dass es weniger geworden ist. Und das ist etwas, was wir dadurch, dass wir jetzt im Bärenmarkt sind, sowieso schon wissen. Also brauchen wir es uns gar nicht anzuschauen. Das ist eigentlich nichts Neues. Und wir übersehen dabei die wichtigen Informationen, nämlich wie die Kryptowährungen untereinander sich im Preis verschieben, was also im Verhältnis zu einer anderen Kryptowährung günstiger oder teurer geworden ist, um eventuell zwischen den Assets hin und her wechseln zu können. Denn das Ziel im Bärenmarkt ist jetzt nicht mehr, mit Gewinn zu verkaufen. Das ist gelaufen. Wer das noch nicht gemacht hat, der ist jetzt einfach zu spät. Und es gilt, das auch absolut zu akzeptieren. Man ist zu spät. Man kann jetzt keine Gewinne mehr realisieren. Selbst wenn man im Plus ist, es ist nicht sinnvoll, denn irgendwann werden die Assets wieder steigen. Gibt man sie jetzt aus der Hand, hat man irgendwo verloren. Und die Idee, dass man jetzt den Markt timet, dass man also es irgendwie abpasst, irgendwo ganz unten zu kaufen, Das ist auch eine, ich denke mal, also ich finde eine sehr gefährliche Illusion, denn man kann einfach nicht in die Zukunft schauen und man wird nie wissen, ob das jetzt der absolute Boden ist oder ob es irgendwie womöglich jetzt ab jetzt wieder hoch geht und wir wieder im Bullenmarkt sind. Und deshalb wird man das nie schaffen. Also Maßnahmen Nummer eins, Portfolio in Krypto anschauen und nicht in Dollar. Und wenn euch das interessiert, schaut einfach das alte Video, das letzte Video, das ich rausgebracht habe. Es ist in der Playlist Du vs. Bärenmarkt. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Tipp und der zweite Tipp, mit dem wir uns schnell umpolen können, vom Bullenmarkt in den Bärenmarkt, das ist Gier ist gut. Und damals im Bullenmarkt haben wir Kryptowährungen ohne Ende gekauft. Wir waren gierig. Wir haben eigentlich alles gekauft, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Und wenn man sich das genau überlegt, war das im Prinzip der total falsche Zeitpunkt, weil wir nämlich die ganze Zeit irgendwelchen Kurssteigerungen hinterhergelaufen sind. Man hatte dauernd das Gefühl, man ist schon zu spät. Andere Leute haben vor einem gekauft, haben günstiger eingekauft. Und häufig war es ja auch so, dass man quasi kurz vor dem All-Time-High eingestiegen ist und dann nur noch zusehen konnte, wie alles runtergeht. Und das ist etwas, was wir jetzt hier im Bärenmarkt viel, viel besser gebrauchen können, nämlich, dass wir Lust haben, Kryptos zu kaufen. Denn aktuell ist alles erstens günstig und es wird auch immer günstiger. Das heißt, wenn wir Fiat-Währungen haben, entweder weil wir was gespart haben oder weil wir ein Gehalt haben, von dem wir regelmäßig etwas investieren können oder was weiß ich, wir haben irgendwie jetzt gerade eine Altersvorsorge, Lebensversicherung oder Ähnliches aufgelöst, ein Auto verkauft oder sowas, dann hat man jetzt natürlich eigentlich die viel besseren Karten als damals im Bullenmarkt. Man kann jetzt richtig schön und günstig einkaufen. Und weil der Bärenmarkt in der Regel auch länger dauert als der Bullenmarkt, ist es sogar so, dass wir mit ganz viel Geduld und ganz viel Ruhe uns unsere Assets aussuchen können, die wir kaufen. Und je länger wir damit warten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen guten Deal machen. Aber wir sollten natürlich auch nicht allzu lange warten, denn wir wissen ja nicht, wie lange der Bärenmarkt noch anhält und wann es dann zu spät ist. Also besser zugreifen, schnell zugreifen und eventuell aber dann eben in kleineren Portionen nachkaufen. Das ist so die Idee. Warum ist das Ganze so schwer? Das Ganze ist so schwer, weil wir ja nun die fallenden Kurse sehen. Also wenn wir immer noch in Fiat denken, wenn wir unser Portfolio und die Kurse in Fiat anschauen, dann sehen wir eigentlich nur ein Bild, nämlich fallende Kurse. Und das fühlt sich einfach nicht gut an, Assets zu kaufen, die gerade irgendwie an Wert verlieren, weil man steigt irgendwo ein und weiß eigentlich ganz genau, in ein paar Wochen ist es noch weniger wert. Deshalb raus aus dem Kopf mit der Fiat-Denke, weg damit. In Krypto denken, erste Maßnahme, zweite Maßnahme, darauf basierend dann die Gier wieder zu entdecken. Und wie kann man das Ganze jetzt machen? Wie kann man sich jetzt selber quasi umprogrammieren? Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme, die besteht darin, dass wir als allererstes einmal unser Portfolio genau durchgehen und mal überlegen, von welchen Assets, die jetzt noch im Portfolio drin sind, sind wir eigentlich noch wirklich überzeugt. Metamask hilft einem ein bisschen dabei, weil wenn das hier das Account ist, dann geht ihr hier auf die drei Punkte und geht auf View Account in Explorer. und dann bin ich hier zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Polygon eingestellt, dann bin ich auf Polygon Scan und auf Polygon Scan kann ich quasi reinschauen, welche Tokens ich auf der Blockchain habe. Und zwar ist das hier eine Anzeige, die heißt Token. Und hier öffnet sich dann eine Liste mit den jeweiligen, mit den ganzen Tokens, die ich in meinem Wallet drin habe. Und das sind eine ganze Menge. Das liegt vor allem daran, dass bei Polygon ganz viele und das ist auch bei der Binance Smart Chain und bei ganz vielen anderen Blockchains jede Menge Airdrops andauernd stattfinden, die einem dann irgendwas ins Portfolio reintun. Spam Tokens kann man die auch nennen, die also im Grunde irgendetwas bewerben, was man eigentlich nie haben wollte und wo man wahrscheinlich auch nie Lust hätte, drauf zu schauen. Und darum geht es jetzt auch nicht, diese ganzen Spam Tokens loszuwerden, sondern es geht darum, einfach mal die Tokens, die man irgendwann mal gekauft hat, an die man sich auch noch erinnert, dass man sich mal überlegt, warum habe ich die eigentlich gekauft, was hat mich an diesem Token überzeugt, überzeugt mich das heute noch. Mit diesem Viereck hier komme ich auf die erweiterte Ansicht und dann sehe ich quasi eine etwas bessere und größere Ansicht, unter anderem auch mit dem Dollarwert. Ja, ich habe gerade gesagt, der Dollarwert interessiert mich, aber vielleicht hilft einem das ja so ein bisschen auf die Sprünge. Vielleicht weiß man auch noch grob, wann man was, wie viel investiert hat und so. Das ist alles ganz wichtig, dass man also im Grunde sich mal so einen Überblick verschafft, was ist jetzt eigentlich noch da und was ist das Ganze wert. Und man hat hier also im Grunde dann die Liste mit den ganzen Tokens und ich habe hier zum Beispiel noch fünf Wrapped Ether, also das sind fünf Ether Tokens und das wäre jetzt zum Beispiel ein Asset. Das ist ja jetzt das Äquivalent zu Ethereum, zu Ether auf Polygon. Das ist so ein Asset, von dem ich sicher irgendwo überzeugt bin. Das würde ich also behalten. Gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, wieso, weshalb, warum. So, dann habe ich hier Curved Tokens irgendwann mal angesammelt, 42 Stück und dann habe ich hier vom Shidao welche, dann habe ich hier so einen kleinen Rest Sushi und da kann ich eigentlich auch schon aufhören, weil alles, was da drunter ist, ist eigentlich irgendwie im Grunde Dust, also nichts wert. Alles so Airdrops, die hier irgendwann mal in meinem Wallet gemacht wurden, die aber absolut überhaupt nichts wert sind. Ich gehe hier einfach nur durch die ersten paar, die irgendwie, an die ich mich erstens erinnere, dass ich die überhaupt gekauft habe und zweitens von denen ich irgendwie überhaupt weiß. Dann, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das natürlich bei jeder einzelnen Blockchain machen, die ich benutzt habe und ja, das hört sich nach viel Arbeit an, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht, denn ich kann, also ich habe eine Handvoll Blockchains benutzt in der Zeit, also es sind recht viele sogar, ich glaube so um die zehn Stück, aber wie gesagt, Bear Market, man hat Zeit, man kann das in aller Ruhe machen, man kann sich da einfach einmal die Woche hinsetzen oder einfach irgendwann, wenn man über hier in Block Explorer ist und einem das einfällt, guckt man sich das nochmal an. Aber als, um jetzt sich umzupolen, ist es wichtig, dass man das einfach ein bisschen mal macht, so eine halbe Stunde lang sich da ransetzt und sich das einfach überlegt, von welchen Tokens bin ich eigentlich noch überzeugt. Und dann kommt nämlich die wichtige Maßnahme. Die wichtige Maßnahme ist, dass man sich diese Tokens quasi erstmal, also die Tokens, von denen man nicht mehr überzeugt ist, nicht die, die man gut findet, sondern die Tokens, die jetzt quasi hier der Ausschuss sind, von denen man weiß, dass man die mal irgendwann gekauft hat, aber die Idee war doof oder man hat da einfach irgendwie Torschlusspanik gehabt und irgendwie FOMO-mäßig irgendein Bullshit gekauft und Bullshit im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist ja eben Shit, der aus dem Bullenmarkt kommt, also Bullshit gekauft und den muss man loswerden. Und damit meine ich nicht, und das ist auch ganz wichtig, damit meine ich wirklich absolut nicht, die zu verkaufen, weil verkaufen, das ist eine Sache, die hätte man im Bullenmarkt machen müssen, wenn man die jetzt nicht gemacht hat, wenn man die Dinger noch im Portfolio hat, dann ist es einfach zu spät. Aber damit man nicht immer wieder daran erinnern wird und diese negativen Gefühle aufkommen, die man nicht brauchen kann im Bear Market, damit die nicht aufkommen, ist es wichtig, sich die Dinger einfach mal aus dem Blickfeld zu schaffen. Und dafür mache ich folgendes, ich richte mir einen zweiten Account in Metamask ein, das geht folgendermaßen, ich gehe hier auf dieses Profilbild und dann gehe ich auf Create Account und dann gebe ich dem den Namen, zum Beispiel HODL und dann erstelle ich mir dieses Account. Das ist jetzt ein neues Account, das ich in Metamask habe, hat auch eine eigene Adresse und zwischen den Accounts kann ich umschalten. Hier ist das Crypto Train Station Account, wo die ganzen Tokens drin sind und dann kann ich also zurückgehen auf HODL. Und wichtig ist, dass wenn ich mir ein neues Account mache, dass ich erstmal ein kleines bisschen an Gas darüber schicke, weil sonst ist das Account leer. Ich kann zwar Tokens da hinschicken, ohne dass Gas da ist, aber das hat den Nachteil, wenn ich später damit arbeiten will, muss ich erstmal Gas besorgen und sowas. Also einfach direkt was rüberschicken, würde man dann jetzt auch machen, indem man hier bei Matic, also bei Polygon, ich würde mal irgendwie einen Matic rüberschicken, das kann ich machen, indem ich hier auf Transfer between my Accounts gehe und dann sehe ich hier alle meine Accounts und dann klicke ich hier auf das HODL-Account, schicke hier einen Matic rüber und kann das Ganze dann von hier aus abschicken. Und dann gehe ich diese ganzen Tokens hier durch und hole mir die erstmal, also die Tokens, die ich wegschicken möchte, sagen wir mal, das wäre der Shidao-Token hier, den Curve möchte ich ganz gerne behalten, die Ether auch, also in diesem Fall wäre es tatsächlich nur ein einzelner Token, den ich rüberschicke, also ihr seht, es ist gar nicht so viel Arbeit und den Shidao-Token, den möchte ich jetzt mal loswerden, indem ich jetzt hier also erstmal den Shidao in Metamask importiere, das geht folgendermaßen, ich rufe mir den Token auf und dann gehe ich hier auf diese drei Punkte, die sind hier rechts unter Profile Summary und dann gehe ich hier auf Add Token to Web3 Wallet, das Web3 Wallet, das ist das Metamask, klicke das an und dann kann ich mir diesen Token in Metamask importieren, da ist er dann und dann kann ich von hier aus eben die 65 Shidao-Token in meinen HODL-Account rüberschicken und dann muss ich diese Shidao-Token nicht mehr sehen und werde nicht andauernd daran erinnert, dass ich da so und so viel Geld versenkt habe. Das ist die erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, was möchte ich gerne kaufen? So und dafür, relativ simpel, geht man einfach mal durch CoinGecko durch, scrollt hier so einmal runter und schreibt sich jeden Token auf, den man gerne mal kaufen möchte. und weil man das Papier irgendwie verliert, empfehle ich jetzt, dass man sich hier bei CoinGecko einen Account einrichtet. Das kann man nämlich. Man kann hier quasi sich anmelden. Ich bin jetzt hier schon angemeldet mit meinem Account. Es gibt übrigens auch bezahlte Varianten, die wir aber jetzt für diesen Zweck nicht brauchen. Worum es mir geht ist, dass man, wenn man selber hier einen Account hat, dann kann man ein eigenes Portfolio anlegen und nicht nur eins, sondern auch mehrere. Und ich habe mir hier ein Portfolio angelegt, das habe ich Shoppinglist genannt. Das ist meine Einkaufsliste und hier stehen alle Tokens drin, die ich gerne jetzt im Bärenmarkt akquirieren möchte, die ich also jetzt kaufen möchte. Und da seht ihr also eine kleine Auswahl. Ich werde hier aber auf diese einzelnen Tokens nicht eingehen. Das mache ich vielleicht in den nächsten Videos, wenn es also um den einen oder anderen Token gibt. Ich habe irgendwie eine Idee, was ich zum Beispiel über Polygon machen könnte. Ich habe eine Idee, was ich über Kusama machen könnte und Convex und Curve. Aber wie auch immer, also es gibt da so ein paar Ideen. Ich weiß aber noch nicht, wie der Markt dann ist und wie sich das alles umsetzen lässt. Aber das sind quasi die Tokens auf meiner Shoppingliste. Die ist aber auch nicht vollständig. Die kann ich jederzeit erweitern. Und diese Portfolios hier, die kann ich anlegen, wenn ich einen Account bei CoinGecko habe, der übrigens kostenlos ist. Wie kriege ich jetzt die Tokens in das Portfolio rein? Das geht, indem ich hier in der Liste diesen Stern markiere. Also ich nehme jetzt mal, sagen wir mal den BNB-Token hier auf und dann öffnet sich, wenn ich auf den Stern klicke, hier eine Liste mit den Portfolios und dann klicke ich hier auf Shoppinglist. Also das ist jetzt hier meine Einkaufsliste und dann ist der BNB-Token in meiner Shoppingliste drin. Hier ist der drin und den kann ich hier dann also auch wieder rausnehmen, indem ich das Ganze nochmal anklicke, also auf den Stern, dann auf Shoppingliste, dann werde ich nochmal gefragt, will ich den wirklich rausschmeißen? Ja, und jetzt habe ich den also rausgeschmissen. Er steht noch in der Liste, aber wenn ich gleich neu lade, ist der weg. So, die andere Maßnahme, die ich ja im letzten Video gesagt habe, das ist, dass ich ja umstelle von Fiat auf Krypto. Ich hatte, also ich habe jetzt hier den Bitcoin eingestellt und das ist auch eine Sache, die hier ein bisschen hilft, nämlich man stellt sich die Shoppinglist einfach um auf eine Währung und in meinem Fall wäre das dann der Bitcoin. Also es nützt eigentlich fast gar nichts, das immer wieder in einer anderen Währung zu gucken. Man muss regelmäßig halt, man muss sich daran gewöhnen. Man hat dann wie in Fiat auch die alten Preise so ein bisschen im Kopf und dadurch, dass man die im Kopf hat, kann man auch ein bisschen vergleichen. Und das wird dann dadurch, dass ich also die alten Preise im Kopf habe, dass ich also weiß, was hat gestern der Ether noch ungefähr gekostet in Bitcoin dadurch oder seit zwei Wochen, wie hat sich der Ether seit zwei Wochen entwickelt. Dadurch wird das Ganze eigentlich erst zu einer Shoppingliste, denn ich sehe dann, dass der Ether zum Beispiel jetzt immer günstiger wird im Vergleich zum Bitcoin. Also wenn ich Bitcoins habe, dann kann ich im Grunde umwechseln von Bitcoin in Ether und kann mir also dann Ether holen, weil der Ether im Vergleich zum Bitcoin in der letzten Zeit immer günstiger geworden ist. Und das heißt, wenn also hier in der 7-Tage-Spalte im Vergleich zum Bitcoin eine rote Zahl steht und diese rote Zahl auch irgendwo, sagen wir mal, signifikant ist, also 0,003 oder so lohnt nicht in Prozent. Aber bei 7% ist das schon ganz interessant. Also ich bekomme jetzt im Grunde einen 7-prozentigen Rabatt, wenn ich Ether kaufe, indem ich Bitcoin verkaufe. Und dadurch wird das Ganze zur Shoppingliste, weil ich kann hier quasi jeden Tag oder jede Woche, warum nicht eigentlich jede Woche, man muss das nicht jeden Tag machen, einmal durchgehen und schauen, was ist hier eigentlich besonders günstig und mir dann überlegen, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben. Also erstens, wir entfernen alle Tokens aus unserem Wallet, aus Metamask, die wir nicht mehr brauchen, von denen wir nicht mehr überzeugt sind, weg aus dem Sinn. Zweite Maßnahme, eine Einkaufsliste anlegen, BuyCoinGecko, das heißt hier einen Account einrichten, dann ein Portfolio anlegen, das Portfolio Einkaufsliste nennen, das ist gut, weil dann hat man im Kopf direkt das Ziel, was man hier machen möchte und dann Tokens auswählen, die man hier in der Einkaufsliste haben möchte, die man gerne im nächsten Bull Market in seinem Portfolio haben möchte, wenn die Kurse wieder steigen. Und beim nächsten Video geht es dann um das Thema, wie man seinen Cashflow in Ordnung bringt und warum das besonders wichtig ist. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare, ich werde versuchen, jede einzelne Frage zu beantworten und schreibt mir doch einfach mal rein, wie eure Shoppingliste aussieht. Ihr braucht ja nur die Kürzel von den Tokens reinschreiben. Mal sehen, vielleicht kann ich ja auch das ein oder andere in mein Portfolio und in meine Strategie aufnehmen. Also, bis zum nächsten Video. Erstmal alles Gute, viel Spaß, Tschüss. Tschüss.